Mein Name ist Gertrud Traut. Ich bin promovierte Volkswirtin. Aber dieser Weg war nicht vorgezeichnet, denn ich bin die Erste in der Familie, die Abitur gemacht hat und die Erste, die studiert hat. Ich hatte also in meiner Familie niemanden, den ich im Abitur oder später im Studium fragen konnte. Aber ich hatte eine Mutter, die mir den Wert der Bildung vermittelt hat. Sie hatte nie die Möglichkeiten für eine weiterführende Schule oder geschweige gar ein Studium. Ich lernte, ich kann fragen, aber ich bekomme nicht immer gleich eine Antwort. Aber ich lernte dadurch auch eigenverantwortlich zu arbeiten, Dinge auch auszuprobieren, ohne jedes Risiko einzugehen. Also zu lernen, wenn man kein Netz und doppelten Boden hat, muss man verantwortlich mit seinen Ressourcen umgehen. Und das war eine wirklich gute Schule. Ich habe nie daran gezweifelt, dass ich studiere. Ich wollte immer Lehrerin werden. Schon in der ersten Klasse war klar, es macht mir Spaß, jemandem etwas beizubringen. So ab der 10. Klasse kristallisierte sich heraus, es ist Biologie und Chemie. Analytisch geprägt, das hat mir Spaß gemacht. Also habe ich mein Abitur gemacht und unmittelbar Biologie und Chemie studiert. Und relativ schnell wurde klar, es macht mir keinen Spaß. Ich war enttäuscht von dem Fach und es hat mich gelangweilt. Ich habe mir relativ lange überlegt, was ich dann mache. Ich war im Ausland, habe an meinen Sprachfähigkeiten gearbeitet und habe mir dann ganz genau überlegt, was will ich wirklich. Und ich wollte die Welt verstehen. Also musste ich herausbekommen, was muss ich jetzt studieren, damit ich die Welt verstehen kann. Und irgendwann war es offensichtlich, es ist die Volkswirtschaftslehre. Und das war ein Glücksgriff. Es war wunderbar, jede Kurvenverschiebung war ein Vergnügen. Jede mathematische Gleichung war ein Vergnügen. Und ich fing an, die Welt zu verstehen. Und ich hatte richtig Spaß. Und den Spaß habe ich noch heute. Ich habe damit meinen Traumjob gefunden. Mein Job besteht darin, Analysen und Prognosen zu machen. Über die Volkswirtschaft, über die Branchen, über Zinsen, über Wechselkurse, über Aktien, über strukturelle Fragestellungen. Was ist verantwortlich für den langfristigen Wachstumstrend? Was bestimmt die Konjunktur? All das sind die spannenden Fragen, mit denen ich mich jeden Tag beschäftige. Und was viele Kunden wissen wollen, so die Nachfrage nach Analysen von Volkswirten ist sehr, sehr hoch. Meine Botschaft an all diejenigen, die aus einer Arbeiterfamilie kommen, aber auch an alle anderen. Ihr Arbeiterkinder, glaubt an euch. Traut euch was. Und traut euch, Fehler zu machen. Die Eltern, traut euren Kindern etwas zu. Selbst wenn ihr nicht jede Antwort auf jede Frage habt. Und an die Politik, sorgt dafür, dass die soziale Durchlässigkeit in Deutschland besser wird. Wir sind richtig schlecht im internationalen Vergleich. Wir verschenken volkswirtschaftliches Potenzial. Deutschland braucht die Arbeiterkinder. Das erhöht das volkswirtschaftliche Potenzial und es setzt enorme Ressourcen frei.